So, jetzt gibt es mal wieder einen Witz vom Olli. Am Dienstag. Ein alter Franz Beckenbauer hätte gesagt, they called it a Klassiker. Aber er ist richtig gut. In Baden-Baden auf der Pferderennbahn kommt der Rennstallbesitzer zum Jockey und sagt zum Sagen mal, du bist ja schon wieder ein Letzter geworden. Wäre das nicht schneller gegangen? Da sagt der Jockey zum Rennstallbesitzer, sagt er, sie, ich hätte schneller können, aber sie hätten doch gesagt, ich soll beim Pferd bleiben. Ich soll beim Pferd bleiben.